Das Besondere an der Europameisterschaft 2015 wird sein, dass wir fünf Disziplinen haben werden, erstmalig fünf Disziplinen. Und was das Schöne für die Besucher ist, alle fünf Disziplinen sind fußläufig zu erreichen. Ja, ich wünsche mir, dass wir eine ganz erfolgreiche Europameisterschaft haben werden und, was ich vor drei Jahren in Kentucky erlebt habe, dass man mich anspracht und sagt, ihr wart doch die Veranstalter mit der tollen Weltmeisterschaft 2006, wenn man in drei, vier Jahren sagt, wart ihr die Veranstalter mit der tollen Europameisterschaft, dann sind wir alle sicherlich sehr zufrieden. Persönlich freue ich mich am meisten auf die tolle Stimmung, die hier sein wird, natürlich auch auf den großartigen Sport. Und ich bin überzeugt, dass es ein großes Familienfest für Reiter, Besucher und Pferdefreunde werden wird. Die EM in der Stadt Aachen wird sicherlich für alle Besucher, auch für alle, die hier wohnen, ein großartiges Ereignis werden. Wir freuen uns, dass die Stadt Aachen auch wieder in der Stadt die Siegerehrungen vornehmen wird und uns in allen Bereichen unterstützen wird. Ich glaube, dass wir dann sagen können, wir machen ein Fest, wir machen ein Familienfest, nicht nur in der Sörs, sondern auch in der ganzen Stadt Aachen und in der ganzen Region.